Hallo, mein Name ist Udo Wittmann-Rau und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man ein Blechziegel in einem Ziegeldach mit unserem Crosshook 3S zusammen montiert. Selbstverständlich gibt es den Blechziegel, auch in verschiedenen Farben und in verschiedenen Ziegeltypen. Bei weiteren Fragen dürft ihr uns gerne per Telefon oder per Mail kontaktieren.